Der erste Johannesbrief berichtet ja davon, dass wir in inniger Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott stehen dürfen durch den Heiligen Geist und dass diese Gemeinschaft gepflegt werden muss und in dieser Gemeinschaft auch Reinheit des Lebens gefordert wird. Wir haben gelesen davon, dass mancherlei äußere Einflüsse religiöser Art auf die Gemeinde einstürmen, um sie unsicher zu machen in der Nachfolge Jesu. Und auf anderes hören zu lassen als auf Gottes Stimme allein. Aber wir haben auch gelesen, jeder, der wiedergeboren ist und den Heiligen Geist empfangen hat, hat seine persönliche Ansprache, die Gott ihm gegeben hat durch Wegweisung und daran soll er sich halten. Denn das, was die Salbung sagt, ist immer richtig. Wie die Salbung den Einzelnen führt, so ist es recht. Und nun heute die Verse 28, 29 am Ende des zweiten Kapitels, wo Johannes schreibt, Und nun, Kinder, bleibt in ihm, damit wir, wenn er offenbart wird, Zuversicht haben und nicht zu schanden werden vor ihm, wenn er kommt. Wenn ihr wisst, dass er gerecht ist, so erkennt ihr auch, dass wer Recht tut, der ist von ihm geboren. Also auch hier wieder der Hinweis zu prüfen, wer gehört eigentlich zu Gott, denn Jesus. Gehören alle dazu, die den Namen Christi irgendwie aussprechen? Nein, sondern die ein verändertes Leben aufzeigen können, seitdem sie gläubig wurden und wiedergeboren wurden. Das Bekenntnis zu Jesus Christus ist ja zugleich ein Bekenntnis zu dem neuen Leben, zu dem neuen Leben unter der Führung des Heiligen Geistes. Das heißt, den durch die Auferstehung Jesu erneuten Menschen leben zu wollen. Das ist ja ein anderes Leben, das wissen wir ja aus der persönlichen Nachfolge Jesu, dass das nicht zu verwechseln ist mit dem Leben vor der Bekehrung und der Wiedergeburt. Deswegen hat der Apostel Paulus ja auch betont, wie zum Beispiel in Epheser 4, 24, zieht an den neuen Menschen, bekennt euch zu dem neuen Menschen. Oder in Römer 6, Vers 4, dass wir hinfort in einem neuen Leben wandeln sollen, nicht mehr in dem alten wie früher. Oder in Kapitel 7, Vers 6, dass wir Gott jetzt in einem neuen Wesen des Geistes dienen, nicht wie früher, wo wir vielleicht an Gott glaubten, auch an Jesus Christus glaubten und irgendwie etwas in die Wege geleitet haben, um ein anständiges Leben zu führen. Sondern durch das Neue, den neuen Geist, das neue Wesen, das neue Leben suchen und darin bestehen. Das kommt ja auch mit diesem Ausdruck derer überein, die eigentlich in der Nachfolge Jesu stehen wollten. Wir lesen ja in Lukas 9, Vers 57, wo sie sagen, Herr, wir wollen dir folgen, wo du hingehst. Wir wollen dir folgen, wo du hingehst. Das ist das neue Leben. Wir wollen das Leben leben, was du lebst. Und das meint hier auch Johannes, dass er einfach sagt, wenn ihr wisst, dass er Christus gerecht ist, dann erkennt ihr auch, dass wer Recht tut, der ist von ihm geboren. Also die Entscheidung für ein anderes Leben ist das, für ein anderes Leben als das vor der Wiedergeburt. Das können wir gar nicht oft genug betonen. Das bleibt ja alles nicht gleich, das Leben, so wie ich es vorher hatte, jetzt nur, dass ich im Kopf glaube. Sondern es muss eine sichtbare Veränderung in unserem Leben stattfinden. Weil das alte Leben wirklich nichts mit dem Neuen zu tun hat. Gar nichts. Sondern es ist total dagegen. Es ist total von Sünde geprägt, das alte Leben. Es ist total am Willen Gottes vorbeigeführt. Darum sagt ja die Schrift und wir haben es Sonntag auch in der Predigte neu gehört. Da ist überhaupt nichts Gutes und nicht ein bisschen an dem alten Leben. Also wir sollen das nicht mitnehmen und meinen, es könne jetzt vielleicht gut werden. Nein, das alte Leben ist schlecht. Es bleibt schlecht und dafür ist Christus gekreuzigt worden. Jetzt soll das Neue ans Licht kommen. Und die Gemeinde wird hier auch durch Johannes im Heiligen Geist aufmerksam gemacht. Passt auf, wem ihr euch angliedert. Nicht denen, die nur von Gott reden, sondern wo ihr seht, dass ein neues Leben entstanden ist. Denn das Neue kann nur Gott geben. Und da sollt ihr drauf achten. Die Erwählung der Wege und des Handelns, der Ziele und der Frucht liegt nicht mehr in unserem Ermessen, sondern allein bei dem Herrn, der uns erwählt hat, der uns erkauft hat mit seinem Blut. Das sehen wir schon auch an vielen Stellen immer wieder vorgeschattet, auch im Alten Testament. Ich möchte mal eine solche Vorschattung uns nahe bringen. Wir kennen das Buch Ruth und wissen, da war ein Mann und eine Frau, die das Land Israel wegen der Teuerung verlassen haben. Ja, diese Naomi und ihr Mann und die zwei Söhne sind ins moabitische Land gegangen. Nun geschah es, dass wohl die Söhne Frauen Moabiterin heirateten, weil sie auch heiraten wollten und wussten ja nicht, ob sie wieder nach Israel zurückkämen. Aber nach einer langen Zeit starb der Vater, starben auch beide Söhne und Kinder waren nicht da. Nun blieben nur noch die Schwiegertöchter übrig. Und da sagte Naomi zu ihren Schwiegertöchtern, ihr seid doch Moabiterinnen, geht bitte wieder nach Hause zu euren Eltern und dann lasst euch neuen Mann irgendwie schenken. Die eine Schwiegertochter machte davon Gebrauch. Aber die andere Schwiegertochter Ruth sagte nein. Ich mache davon nicht Gebrauch. Rede mir das nicht ein. Und dann sagte sie genau das, was auch geistlich im Neuen Testament zu sagen ist, wenn wir Jesus folgen. Wo du hingehst, da will auch ich hingehen. Ruth 1, Vers 16 Wo du bleibst, da bleibe ich auch. Dein Volk ist mein Volk. Dein Gott ist mein Gott. Und so heißt es also auch in der Nachfolge Jesu, was dein ist, Herr, das soll auch mein sein. Also nicht umgekehrt, was mein ist, Herr, das soll auch dein sein. Was mein war, das hat Jesus mit ans Kreuz genommen. Und jetzt heißt es, Herr, was dein ist, das soll auch mein werden. Gemeinschaft mit dem Herrn ist also nur zu seinen Bedingungen möglich. Das will Johannes hier deutlich machen. Nur zu seinen Bedingungen durch den Heiligen Geist. Jesus zeigte uns als Stellvertreter diesen Weg auch in Gethsemane. Er wurde ja unser Stellvertreter. Und was betete er? Vater, wenn es möglich ist, lass diesen Kelch an mir vorbeigehen. Aber nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille. Und das bat er stellvertretend auch zugleich für uns. So, dass wir sagen, nicht mehr mein Wille, Herr, sondern dein Wille geschehe. Oder auch in Johannes 12, Vers 26, da zeigt Jesus nochmals diesen neuen Wandel im Bekenntnis zu ihm und somit zum himmlischen Vater auf und sagt, wer mir dienen will, der folge mir nach. Und wo ich bin, da soll mein Diener auch sein. Ich lese zwischendurch immer wieder mal diese Verse, die Johannes hier geschrieben und der Gemeinde nahegebracht hat. Und wenn ihr wisst, dass er gerecht ist, so erkennt ihr auch, dass wer Recht tut, der ist von ihm geboren. Also bleibt bei ihm und geht dahin, wo er ist. Das heißt aber auch, bleibt in der Reinheit des neuen Lebens, das ihr durch die Wiedergeburt empfangen habt. Im Bekenntnis der Wege Gottes, des Wesens Gottes und der Ziele Gottes. Mit anderen Worten, wir haben als Wiedergeborene keine eigenen Wege mehr. Wir haben keine eigenen Wesenszüge mehr, wenn wir Jesus folgen. Wir haben keine eigenen Ziele mehr. Alles ist ihm untergeordnet. Alles muss er bestimmen, bejahen und auch segnen. Beständige Absonderung von der Sünde vertieft und festigt diese Gemeinschaft mit dem Herrn und lässt die Freude auf sein sichtbares Erscheinen in uns groß werden. Denken wir auch an diese Worte. Alle Apostel haben im selben Geist geschrieben, so wie es Paulus jetzt auch im zweiten Korintherbrief sagte. Kapitel 6, ab Vers 16, wo er sagt und die Frage einfach in den Raum stellt unter die Gläubigen, was hat der Tempel Gottes gemeinsam mit den Götzen? Gibt es da irgendeine Brücke? Nein. Wir sind doch der Tempel des lebendigen Gottes. Wie denn Gott spricht? Ich will unter ihnen wohnen und wandeln und will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Mein Volk. Darum geht aus von ihnen und sondert euch ab, spricht der Herr und rührt nichts Unreines an. So will ich euch annehmen. So will ich euch annehmen. Und ich will dann euer Vater sein und ihr sollt meine Söhne und Töchter sein, spricht der Allmächtige Herr. Weil wir nun solche Verheißung haben, mein Lieben, so lasst uns von aller Befleckung des Fleisches und des Geistes uns reinigen und die Heiligung vollenden in der Furcht Gottes. Das ist also auch eine Aussage, genauso wie sie Johannes hier traf, mit der Feststellung, auf welcher Seite stehe ich? Was ist mein neues Leben? Was ist meine Bestrebung, jetzt in dem neuen Leben zu haben? Die Wege des Herrn oder meine Wege segnen zu lassen? Wir haben oft darüber gesprochen. Gott kommt nie auf unsere Wege mit. Das wäre ja schlimm, wenn er das täte. Sondern er lädt uns immer auf seine Wege ein. Er kommt nie mit uns. Wir müssen und dürfen mit ihm gehen. Und da ist unser ganzes praktisches Leben mit eingeschlossen. Auch der Apostel Petrus, er mahnte ja in demselben Geist, in 2. Petrus 3, Vers 11 bis 14, wo er ja davon sprach, dass ja einst Himmel und Erde zerbersten wird und untergehen wird und das alles kein Bestand hat, das Vergängliche. Und dann sagt er, wie sollen wir dann mit einem heiligen Wandel und geschickten Wandel vor Gott stehen? Wenn das alles zugrunde geht, was wir hier sehen, alles Sichtbare zugrunde geht, wie sollen wir geschickt sein mit einem heiligen Wandel? Ein zweites, Johannes spricht ja und das lesen wir sonderlich auch in der unrevidierten Übersetzung von Kindlein. Das sagte ich wohl das letzte Mal auch schon, nicht Kinder, sondern Kindlein. Also noch eine kleinere Form von Kindern, die wirklich abhängig sein sollen von ihrem Vater. Diese Anrede Kindlein soll uns ja ermutigen zur Treue im Leben mit dem himmlischen Vater, mit Gott. Wir sind Kinder und somit bewahrt, denn Väter schützen ihre Kinder. Natürlich die Mütter auch, ja, die Eltern. Aber hier der himmlische Vater, er sorgt für seine Kinder. Er bewahrt sie vor dem Argen, deswegen Kindlein. Wir können nicht wieder in den Bann der Hölle und des Todes gezogen werden, weil Gott in Jesus Christus sagte, Johannes 10, Vers 29, Niemand kann sie aus des Vaters Hand reißen. Der Vater schützt sie. Kindlein, ihr seid Kindlein. Oder Paulus schreibt in Galater 4, Vers 6 und 7, Hier ist ja kein Knecht mehr, sondern ihr seid eitel Kinder. Ihr seid nicht mehr Knechte, sondern Kinder. Und das Zweite darin, wir sind Kinder und somit umsorgt mit allem, was nötig ist zum heiligen Leben. In 1. Korinther 1, Vers 8 schreibt der Apostel Paulus Folgendes, auch Vers 9. Da sagt er, er spricht schon in den Versen zuvor, ich lese mal ab Vers 6, Die Predigt von Christus ist in euch kräftig geworden, so, dass ihr keinen Mangel habt an irgendeiner Gabe und ihr wartet nur auf die Offenbarung unseres Herrn Jesu Christi. Der wird euch auch fest erhalten bis ans Ende, dass ihr untadlich seid am Tag unseres Herrn Jesus Christus. Denn Gott ist treu, durch den ihr berufen seid zur Gemeinschaft seines Sohnes Jesus Christus, unseres Herrn. Also hier heißt es auch, Kindlein, ihr werdet umsorgt vom himmlischen Vater, dass ihr in dem heiligen Leben könnt und dass ihr fest bleibt in diesem Zustand bis ans Ende und ihr unsträflich dann vor den himmlischen Vater gestellt werden könnt. Kind sein hat also das Vorrecht der Umsorgung. Bin ich ein Kind, habe ich das Vorrecht, umsorgt zu werden. Denn auch in 2. Korinther 12, Vers 14 heißt es, dass ja nicht die Kinder den Eltern Schätze sammeln, sondern umgekehrt die Eltern den Kindern. Somit sucht nicht das eure, sondern Gott sucht euch. Der Vater sucht die Kinder. Gott sucht nicht das, was wir zu ihm zu bringen hätten, sondern das, womit er uns beschenken kann. Denn wir können ihm gar nichts bringen. Der Herr will uns wiedersehen. So lesen wir es auch in Johannes 16, Vers 22 und 23. Und zwar dieses Wiedersehen soll mit großer Freude beinhaltet sein. Deswegen sagt Jesus hier, euer Herz soll sich freuen. Mit großer Freude soll das Wiedersehen stattfinden. Dies Wiedersehen, wir können sagen, mit unseren Augen haben wir Jesus nicht gesehen, wie die Jünger ihn gesehen haben. Aber im Geiste haben wir ihn gesehen und sehen ihn in seinem Wirken, in dem, was er an uns tut. Und wir sollen ihn aber dann auch leibhaftig sehen. Und das soll eine riesige Freude sein. Und diese Freude soll hier aufgebaut werden, auf der Erde. Diese große Freude soll zunehmen in der Begegnung dann mit dem Herrn. Johannes will also die Liebe und Innigkeit zu Jesus Christus in der Gemeinde fördern. So wie der Herr auch in Markus 13, 33 bis 37 das sagt. Ich möchte mal dieses uns lesen aus Markus 13, ab Vers 33. Da sagt der Herr einfach, seht euch vor und wacht. Ihr wisst ja nicht, wann die Zeit da ist. Wie bei einem Menschen, der über Land zog und verließ sein Haus und gab seinen Knechten Vollmacht, einem jeglichen seine Arbeit und gebot dem Türhüter, er solle wachen. So wacht nun, denn ihr wisst nicht, wann der Herr des Hauses kommt. Ob am Abend oder Mitternacht oder um den Hahnenschrei oder am Morgen. Damit er euch nicht schlafend findet, wenn er plötzlich kommt. Was ich euch sage, das sage ich allen. Wachet, wachet, dass ihr mit Freude, mit der großen Freude, eurem Vater im Himmel begegnen könnt. Geistlichen Aufblick zum Herrn behalten, das heißt, von keinem anderen Leben beseelt werden zu wollen, als nur von dem Leben in der innigen Zwiesprache mit dem Erlöser, mit Jesus Christus und daran festhalten bis zu dem Tag seines sichtbaren Erscheinens. An die Thessalonicher schrieb diesbezüglich Paulus auch von dieser beständigen Hoffnung auf die Begegnung mit dem Herrn. Und wir sagen zwar doch oft, und das sagen wir mit Recht, es ist Endzeit und manchmal denken wir dann in Jahren. Aber hier soll deutlich gemacht werden, Endzeit kann jeder Tag sein für uns. Jeder Tag. Denn wir wissen nicht, wie lange der Herr uns über die Erde gehen lässt. Wie lange er uns noch gebrauchen will. Denn wenn er uns nicht mehr hier gebrauchen will, dann sind wir ja hier überflüssig. Genau wie in Johannes 17 der Herr sagt, Vater, die Jünger sind nicht mehr von der Welt. So wie ich auch nicht. Ich komme zu dir und eigentlich müssten die alle jetzt auch mit zu dir. Aber ich bitte dich wegen des Auftrages, dass sie noch da bleiben. Wenn der aber zu Ende ist, der Auftrag, dann kommen sie einfach auch in die Ewigkeit. Und wann dieser Zeitpunkt für uns, für jeden Einzelnen ist, wissen wir ja nicht. Aber wir sollen beständig bleiben in dieser lebendigen Hoffnung. Und das schreibt der Apostel Paulus auch an die Thessalonicher, die ja zeitweilig verunsichert waren über ihr Glaubensleben. Nämlich, weil aus ihrer Mitte schon Gläubige verstorben waren. Und sie fragten sich, was ist nun passiert? Sind wir übrig geblieben, zurückgeblieben? Fallen wir dem Gericht anheim? Oder sind die anderen gerichtet worden? Wir lesen dort in 1. Thessalonicher 4, Abvers 16 folgendes. Er selbst, der Herr, wird, wenn der Befehl ertönt, wenn die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallen wird, herabkommen vom Himmel. Und zuerst werden die Toten, die in Christus gestorben sind, auferstehen. Danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden. Auf den Wolken in die Luft, dem Herrn entgegen. Und so werden wir bei dem Herrn sein alle Zeit. So tröstet euch mit diesen Worten untereinander. Und in diesem Zusammenhang spricht der Apostel auch, wir sollen nicht sein von denen, die da schlafen. Also die so tun, als ob sie sich dem normalen Leben wieder überlassen können. Und naja, wenn der Herr kommt, will ich schon dabei sein? Nein, immer wach sein, jeden Tag wach sein. Der Herr kann mich heute rufen, wenn es ihm gefällt. Wenn auch irdische Eltern, kommen wir zu diesem Vergleich der Fürsorge, irdische Eltern einst alt und schwach werden und dadurch auch von den Kindern letztlich umsorgt werden. Erst haben sie die Kinder umsorgt, später werden die alten Eltern von den Kindern umsorgt. Dann ist das nicht zu vergleichen mit dem Vater im Himmel. Er wird niemals alt und schwach und er braucht niemals von seinen Kindern umsorgt zu werden. Das lesen wir in Jesaja 40, Vers 28 und 29, wo es ja heißt, dass er für alle sorgt, er wird niemals müde noch matt. Ganz im Gegenteil, er gibt den Müden Kraft. Wir haben ja oft dieses andere Bild vor Augen, nicht? Ja, wir müssen für die Eltern jetzt sorgen, weil die alt und schwach geworden sind und dann machen wir uns auf und übertragen manchmal diese Form der Fürsorge auch noch auf Gottesdienst. Dabei muss Gott für uns sorgen. Er wird niemals alt und schwach. Er will uns Kraft geben. Und ein drittes, Jesus kommt absolut wieder. Das Leben im Heiligen Geist in der Gemeinschaft mit Gott bewirkt während der Erdenzeit ein Leben voller Freude, Dankbarkeit, Frucht und Ehrung des Herrn. Und ich denke, jeder von uns, der wiedergeboren ist und nur mal einen kurzen Rückblick hält, kann sich nur freuen über dem und kann staunen, was der Herr getan hat. Also uns geht es so. Da kommen wir aus dem Staunen gar nicht heraus und wenn wir zu lange staunen, gehen wir nicht mehr vorwärts. Das heißt also, wir müssen dann auch mal das wieder liegen lassen und sagen, jetzt geht es weiter. Aber man kann nur staunen, wie die Wege geebnet worden sind im Leben, was man tun durfte, was man lassen konnte und wie man plötzlich Dinge einstufen konnte im Vertrauen auf den Herrn. Wenn Jesus Christus wiederkommt, soll es also unsere Freude sein, die Frucht, die er gewirkt hat, in uns, durch uns vorweisen zu können. Ihm zu sagen, dass unser Leben auf Erden durch ihn nicht sinnlos und nicht fruchtlos gewesen ist. Und diese Wechselwirkung von Nehmen und Geben sehen wir ja auch in diesem Gleichnis in Lukas 19, das Jesus gab und davon sprach, dass hier der Edle, der über Land zog, Pfunde austeilte an seine Knechte, dass sie damit arbeiten konnten. Und als er wiederkam und forderte die Knechte, dann haben die gesagt, die ersten, Herr, was hat sich vermehrt? Dein Pfund, nicht meins. Dein Pfund hat sich vermehren können. Das, was du mir gegeben hast, nicht was ich in die Waagschale werfen konnte, da hat sie überhaupt nichts vermehrt, ja, höchstens im Negativen, aber was du mir gegeben hast, das konnte zum Positiven vermehrt werden. Und da sagt der Herr, ja, du bist treu, gehe ein zu des Herrn Freude, du sollst über zehn Städte und der andere über fünf Städte gesetzt werden. Also die Berufung nicht auf das, was man selber tat, sondern ich zeige dir vor, was du mir gegeben hast und was aus dem, was du mir gegeben hast, geworden ist. Denn was du mir gibst, da wird immer was draus, wenn ich es nur in meinem Leben zulasse, wenn ich es nicht ignoriere. Diese Treue wird also belohnt und setzt sich weiter fort in der Dienstgemeinschaft in Ewigkeit, denn wir lesen ja, dass Gott uns zu Königen und Priestern gemacht hat, in Jesus Christus, und dass wir einst mit ihm herrschen und regieren dürfen, wenn er sichtbar wiederkommt. So hat zum Beispiel auch Judas, der Bruder des Herrn, das schon gesehen, dass Henoch, Henoch mit vielen tausend Heiligen, Henoch ist ja entrückt worden, 1. Mose 5 können wir das lesen, wiederkommt mit vielen tausend Heiligen, um zu regieren, zu herrschen, so wie es auch in Offenbarung 1, Vers 6 oder 20, Vers 6 steht, dass wir Könige und Priester sein dürfen. Diese Freude, ich will dich setzen über 10 Städte, will dich setzen über 5 Städte, diese Freude des Dienstes, der Dienstgemeinschaft geht also weiter. Und diese Dankbarkeit darüber soll unser Herz jetzt schon erfüllen und bewegen, damit diese pulsierende Gemeinschaft mit dem Herrn und mit seiner Gemeinde festbleibt, ihm zur Ehre und auch zu seiner Freude. Und ein Viertes, noch einmal die Erinnerung, von ihm geboren zu sein. Wer von Gott geboren ist, will also diese Reinheit und Heiligkeit in der Gemeinschaft mit Jesus haben. Er will sie erleben. Er will nicht nur davon reden, sondern er will, dass diese Reinheit ihn durchflutet. Und er bittet darum. Johannes schrieb ja deswegen in dem 29. Vers noch einmal, Ihr wisst, dass er gerecht ist, so erkennt ihr auch, dass wer Recht tut, der ist von ihm geboren, denn Recht kann keiner tun, der nicht wiedergeboren ist. Das haben wir anfangs gesagt, denn jeder Unwiedergeborene muss Unrecht tun, weil er gar nicht das Potenzial hat, das Gute zu tun, was Gott gefällt. Hier kommen auch die Worte Jesu aus Matthäus 23, Vers 26 zum Tragen, wo er auf die Reinigung der Herzen hinwies, damit auch der äußere Wandel durch die innere Reinigung Veränderung erfährt. Das ist auch so ein Geheimnis. Die Heiligung findet nie von außen statt. Ja, man kann sich schön anziehen, man kann so tun, als ob man äußerlich so ein ganz besonderer Mensch ist und innen kann es eine Mördergruppe bleiben. Die wahre Heiligung beginnt immer von innen. Und das hat Jesus auch hier zu den Pharisäern gesagt. Matthäus 23, in Vers 26. Du blinder Pharisäer, reinige zuerst das Innere des Bechers, damit auch das Äußere rein wird. Denn vorher, sagte er in dem Versen zuvor, ihr reinigt alles so außen, dass es schön fromm aussieht, aber innen ist es noch lange nicht fromm dadurch. Erst die innere Reinigung, dann geschieht auch die Umwandlung nach außen. Da könnten wir manche Beispiele ansetzen, wo Menschen gläubig geworden sind, wiedergeboren sind und plötzlich auch ein anderes äußeres Leben führten. Auch Eingeborene in den Graz oder irgendwo, plötzlich liefen die nicht mehr nackt rum. Nicht, weil man ihnen gesagt hat, wisst ihr, man darf doch nicht so nackt rum. Nein, die hatten das Bedürfnis jetzt begleitet zu sein. Oder vieles andere, auch hier in der Jugendarbeit habe ich das oft erlebt, dass junge Menschen kamen mit einer anderen Gesinnung, haben irgendetwas abgelegt. Und warum hast du es nun abgelegt? Ja, weil ich gemerkt habe, das gehört nicht mehr zu mir. Innere Reinigung, die dann nach außen hin wirkte. Aber viele, auch in unserer Welt, religiöse Menschen suchen die äußere Heiligung und die äußere Reinheit und verlassen sich dabei auf ihre Möglichkeiten und Kräfte und gehen nicht die Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott ein. Gemeinschaft mit Jesus im Heiligen Geist geht von einem gereinigten Herzen immer aus, dass man auch den äußeren Wandel zum Guten gefördert wissen kann. Nochmal diese Verse aus dem ersten Johannesbrief zum Schluss. Nun, Kindlein, bleibt in ihm, damit wir, wenn er offenbart wird, Zuversicht haben und nicht zu schanden werden vor ihm, wenn er kommt. Wenn ihr wisst, dass er gerecht ist, so erkennt ihr auch, dass wer Recht tut, der ist von ihm geboren. Soweit die mahnenden Worte des Apostels Johannes, die aber zugleich auch Worte sein sollen, der Sicherheit zu erkennen, auf dem richtigen Weg zu sein. Ja. Vielen Dank.